herzlich willkommen mein name ist kupi und ich präsentiere euch heute die open broadcaster software das ist ein programm um quasi auch so portalen wie twitch oder owned oder live stream.com eure videos eure aufnahmen eure kamera eure gaming szenen oder so was live den zuschauern zu präsentieren das ist hier die ansicht die ihr seht wenn ihr das programm das erste mal startet hier in der mitte das graue ist der vorschau screen da kommen wir aber später noch zu hier unten sind die szenen szenen könnt ihr euch vorstellen wie ein overhead projektor eine szene besteht immer aus mehreren quellen und die quellen könnt ihr euch vorstellen wie die folien die übereinander liegt auf den oweit projektor kommen wir zu den lautstärkeregelungen hier habt ihr das mikrofon könnt ihr die lautstärkeregelung von dem mikrofon quasi das was ihr sagt und hier ist die lautstärkeregelung von den system sounds also eure game sounds windows sound etc im prinzip das was aus euren boxen oder aus euren kopfhörern kommt durch einen einfachen klick könnt ihr die auch stumm stellen gut kommen wir zu den einstellungen hier seht ihr die übersicht von den einstellungen gibt hier allgemein codierung broadcast einstellungen video audio und erweitert wir fangen oben an bei allgemein hier habt ihr die auswahl der sprache in meinem fall jetzt deutsch wenn ihr es lieber auf englisch haben wollt ist ja auch englisch oder brezeneck oder polski oder norskbock mal wir machen deutsch profil habe ich jetzt hier schon copy eingegeben hier könnt ihr verschiedene sets von den ganzen einstellungen hier festlegen wenn jetzt als beispiel auf mehreren portalen gleichzeitig streamt oder dann habt ihr zum beispiel ein profil für twitch ein weiteres für live stream.com etc pp so könnt ihr dann verschiedene bitraten und sowas alles einstellen kommen wir zur codierung so die codierung legt fest wie der x264 encoder der teil von open broadcaster ist mit eurem video material umgeht was sie ihm liefert um das umzuwandeln zu komprimieren und dann zu dem von euch gewählten stream portal zu senden teilt sich in zwei bereiche video codierung und audio codierung ich gehe die option aber mal durch jetzt qualität von 0 bis 10 legt quasi fest wie eure stream aussieht im aber nur hauptsächlich bei standbildern oder wo sehr wenig bewegung drin ist die qualität ist quasi eine andere rechnung von constant rate factor vom h264 codec wer sich damit auskennt der weiß bescheid für alle anderen sei gesagt eigentlich als faustregel wenn ihr sehr wenig bewegung im bild habt wie zum beispiel bei runden strategie oder bei windows aufnahmen oder sowas dann könnt ihr ohne probleme 10 wählen das sieht gut aus und passt so weit wenn ihr jedoch viel bewegung im bild habt wie bei irgendwelchen first person shooter call of duty counter strike etc dann empfiehlt sich eher zwischen sechs und acht müsst ihr dann probieren weil das problem ist wenn ihr jetzt in meinem first person shooter qualität 10 wählt dann kriegt ihr bei bewegung oder bei kamera schwenks halt sehr viele pixel und schlieren im bild und das sieht wirklich nicht schön aus und das werden eure zuschauer euch ja dann auf jeden fall auch sagen also zwischen sechs und acht bei first person shootern ansonsten 10 9 und 10 und niedriger war ich eigentlich noch nicht benötigt man eigentlich auch nicht maximale datenrate in kilobits und die puffergröße in kilobits als faustregel sei schon mal gesagt die puffergröße sollte eigentlich also im normalfall genauso hoch sein wie die maximale datenrate und die datenrate sollte ungefähr 70 prozent von eurem upload wobei jedoch 4000 kilobits nicht überschritten werden sollte weil ihr müsst bedenken ihr sendet das halt jetzt mit 3000 kilobits drei megabits zu twitch hin eure zuschauer brauchen mindestens 3000 plus die 128 jetzt vom audio codec als download und also es gibt bestimmt noch genug es gibt noch genug leute die das nicht haben also 3000 sieht auch sehr gut aus übertreibt hier einfach nicht bei 720p auflösung der audio codec habt ihr die wahl zwischen ac und mp3 mp3 ist minimal schneller in encodierung also spart minimal cpu last hier ist die kein unterschied 128 würde ich vorschlagen einfach das hört sich gut an das ist kristallklar das passt soweit und ac würde ich eigentlich auch empfehlen weil bei gleicher bitrate wie mp3 wirkt 128 kilobit bitrate bei ac hört sich besser an format 44,1 kilohertz stereo das könnt ihr noch nicht changen und das sollt ihr auch noch nicht ist vernünftig so gut kommen wir zur broadcast einstellung hier gibt es verschiedene modi live stream und nur dateiausgabe nur dateiausgabe ist halt wenn ihr irgendwelche let's plays oder was machen wollt die ihr noch nach bearbeiten wollt musik unterlegen etc dann speichert dass die datei speichert dass die aufnahme nur lokal das programm hier könnt ihr dann auch mit klick auf durchsuchen auswählen wohin er das speichern soll etc stream starten und stoppen könnt ihr irgendwelche hotkeys festlegen shift und s für starten und shift und f für stoppen oder sowas könnte hier belehren wieder einfach hotkeys festlegen live stream die das haupt aufgabengebiet vom open broadcaster quasi habt ihr hier verschiedene streaming betreiber schon voreingestellt custom wenn ihr irgendwelche die wenn die hier nicht in der liste sind und jeder schon ein paar sachen wisst die ganzen fms url und sowas das könnt ihr dann hier festlegen manuell für twitch ist schon eine vorstellung vorhanden hier könnt ihr dann den server auswählen von den twitch servern wenn in deutschland wohnt empfiehlt sich einer von den vier hier beispielsweise frankfurt den stream key wenn beötigt findet ihr wenn ihr euch einlog bei twitch im dashboard oben rechts unter streaming apps den kopiert ihr da einfach raus und fügt ihn hier ein und dann sollte das gehen das ist quasi euer wie euer schlüssel zu eurem kanal dass twitch auch weiß jo der kupi ist auch der kupi der hier stream darf gut auto reconnect falls durch irgendwelche höheren mächte eure verbindung zum twitch server unterbrochen werden sollte also ich nenne jetzt einfach mal twitch dann könnt ihr hier einen haken setzen für eine automatische wieder verbindung zum server nach fünf sekunden standardmäßig ist zehn dann wartet das programm zehn sekunden bis jetzt einen weiteren verbindungsaufbau versucht gut ich mache mal fünf verzögerung keine ahnung genau ich glaube keine ahnung was das macht dashboard link falls vorhanden das ist euer dashboard von twitch könnt ihr hier einfügen den link zu eurem dashboard und dann erscheint hier unten ein weiterer button wo ihr dann mit einem klick zu eurem dashboard wechseln könnt als datei speichern wenn ihr zusätzlich zu einem live stream noch einen mitschnitt von einer aufnahme haben wollt dann könnt ihr das hier machen könnte hier durchsuchen und dann wird zusätzlich zu dem live stream noch einmal lokal gespeichert braucht man im normalfall eigentlich wenn man nur streamen will braucht man das eigentlich nicht stream starten und stoppen hatte ich schon ja das war es eigentlich hier bei den settings kommen wir zum video hier könnt ihr folgende sachen einstellen basis auflösung das sollte immer die primäre auflösung sein von dem monitor wo ihr auch spielt oder halt irgendwas broadcasten wollt könnt ihr hier manuell entweder eingeben oder erkennen lassen könnt ihr den monitor auswählen eine runterskalierung wenn ihr nicht in eurer basis auflösung stream wollt könnt ihr das auch unter skalieren lassen hier zum beispiel auf 1200 8 720 das ist ein bisschen das ist weniger last auf dem encoder kostet also weniger cpu power wenn ihr hier unter skalieren lassen wollt fps ja die bilder pro sekunde die ihr die euer stream dann hat 30 empfehle ich eigentlich ihr könnt auch 25 für weniger last auf dem auf dem encoder also 30 wie gesagt empfehle ich und wenn ihr richtig viel power habt könnt ihr auf 60 machen sieht flüssiger aus im stream selber aero beim start deaktivieren also wenn ihr open broadcaster startet würde würde dieser haken hier automatisch das aero theme von windows deaktivieren was mehr leistung bringt wenn ihr kommt euren kompletten monitor capturen wollt unter software capture wenn ihr das nicht deaktiviert dann ist das eigentlich zu empfehlen bei einzelnen software aufnahmen software capture aufnahmen wie dem chat oder text dateien oder halt einzelne fenster gut das war es hier eigentlich auch schon kommen wir zum audio so hier könnt ihr eure mikrofon auswählen im prinzip das gerät wo ihr reinredet im normalfall hält die mikrofon in meinem fall aber monitor da ich eine extra soundcard habe gut push to talk könnt ihr festlegen falls ihr einen knopf gedrückt halten wollt wenn ihr reden wenn ihr redet auf euren stream ich brauche das nicht also lasse ich den halt mal raus push to talk delay falls ihr das verzögern wollt in irgendeiner weise könnt ihr das hier in millisekunden festlegen microphone mute und desktop mute das sind hotkeys um euch im prinzip ein hotkey für diese knöpfe hier unten um das zu muten auf eurem stream natürlich nur auf eurem stream nicht nicht so richtig mic zum mono konvertieren falls ihr aus welchen gründen auch immer euer mikrofon in mono haben wollt könnt ihr da hier den haken setzen mikrofon booster eine verstärkung eures mikrofonsignals softwareseitig könnte hier festlegen und mic time offset wenn ihr irgendwelche festen festgelegten verzögerungen zum beispiel in eurer webcam oder sowas habt beispielsweise die buffert immer eine halbe sekunde ihr habt immer eine halbe sekunde verzögertes verzögerten sound also auf dem stream bewegt ihr schon euren mund während der sound erst eine halbe sekunde später kommt könnt ihr das hier verzögern mit beispielsweise 500 millisekunden in dem beispiel halt eine halbe sekunde um das wieder synchron zu kriegen ich habe das nicht also benötigt das auch nicht gut kommen wir zum erweitert so hier sind wir bei den erweiterten einstellungen allgemein video audio und netzwerk wir fangen oben an allgemein nutze multithread optimierung ich gehe davon aus ihr habt eine mehrkernprozessor dann würde ich den haken lassen das sagt dem ecoder halt dass er verschiedene sachen wie farbkonvertierung oder sowas im hintergrund auf verschiedene threads auslagern kann das bringt auf jeden fall performance prozess priorität falls ihr anwendungen habt die sehr viel prozessor auslastung haben und euer stream am haken ist und also aussätze hat dann könnt ihr hier die prozess priorität vom open broadcaster erhöhen braucht man im normalfall eigentlich auch nicht video x 264 cpu preset das liegt quasi fest wie schnell der encoder über euer bildmaterial darüber hinweg fegt um es zu komprimieren standard ist very fast das könnt ihr auch so lassen wenn ihr eine anwendung habt die sehr wenig cpu auslastung verursacht dann könnt ihr hier mit faster fast medium slope experimentieren das verbessert eure bildqualität aber die prozessor auslastung geht exorbitant nach oben nutze konstante bitrate im normalfall ist das so open broadcaster diese bildrate hier die 3000 die hier jetzt eingetragen sind sind variabel also der spike dann auch mal je nach komplexität der szene auf 3537 habe ich auch schon gesehen oder bei standbildern auf auf 500 liegt ja auch manchmal wenn ihr das nicht wollt dass er rum spiked sag ich mal dann könnt ihr hier festlegen die 3000 die das in stein gemeißelt nutze immer die 3000 die weder höher noch niedriger das ist aber auf kosten der bildqualität aktiviere benutzerdefinierte x 264 encoder einstellungen wenn ihr euch sehr 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 gut auskennt mit dem x 264 encoder und verschiedene parameter dann auch habt um irgendwelche kleinen tuning sachen zu machen könnt ihr hier eintragen hier im tooltipp steht auch das format wie das eingetragen wird braucht ihr nicht im normalfall erlaube 61 bis 120 bilder in der sekunde das sind quasi hier bei video eure fps die eingestellt habt hier kann man jetzt zwischen 30 und 60 wer also von 1 bis 60 wählen und wenn ihr höher wollt müsst ihr das hier ein bisschen den haken hier setzen da ich aber davon ausgehe dass ich denke 80 prozent eurer zuschauer 60 hertz bildschirme haben würde das wenn ihr über 60 geht schlieren auf euren stream verursachen gut alone negative cts das hat irgendwas mit timestamps zu tun mit audio und video timestamps kenne ich mich nicht wirklich mit aus haken brauchte ich auch noch nicht also lasst es einfach raus wenn ihr keine probleme habt lasst es raus audio nutze qualitativ höherwertiges resampling wenn euer eingangsmaterial irgendwelche spiele oder so alte wirklich alte spiele emulatoren oder sowas die haben meist noch sound zwischen ja irgendwas mit 22 kilohertz dann konvertiert der open broadcaster das in 44 1 und wenn ihr das wollt dass es qualitativ höherwertig passiert dann setzt den haken hier das kostet ein bisschen mehr cpu power aber ich habe noch keinen unterschied festgestellt also das kann man eigentlich immer ohne immer immer lassen den haken netten nutzes sende puffer unter netzwerk dass dieser haken hier keine funktion mehr der verschwindet auch an der nächsten version das ist quasi der open blocker hat hat dann wenn man dieses gehangen gehakt hat ein paket gebündelt und es dann erst gesendet wenn das paket voll war das hat ein bisschen bessere leistung beim upload gebracht braucht man aber nicht mehr weil es nicht mehr funktioniert hat gar keine funktion mehr netzwerk interface falls ihr mehrere netzwerk hatten habt in eurem system könnte hier dem open broadcaster sagen welche er davon nutzen soll gut das war's mit den einstellungen kommen wir zu den szenen so das ist quasi das fenster was ihr am anfang schon gesehen habt hier ist eine vordefinierte szene mit keiner quelle da fügen wir mal eine quelle hinzu ihr habt die wahl zwischen software aufnahmequelle bitmap diashow text video gerät und game aufnahme quelle wir fangen wir oben an software aufnahmequelle die könnt ihr hier benennen wie ihr möchtet und dann kommt folgendes fenster hier wenn ihr euren ganzen monitor aufnehmen wollt einen ganzen monitor stream wollt dann könnt ihr den monitor auswählen und ok und fertig dann wird euer ganze bildschirm gestreamt einzelfenster aufnahme wenn ihr ja ein einzelnes fenster aufnehmen wollt wie die beispielsweise den chat oder eine text datei oder ein bild oder sowas dann könnt ihr hier einzelnen fenster aufnahme machen ich will hier mal text test.txt im editor aus hier könnt ihr aktualisieren so inneres fenster oder komplettes fenster wenn ihr nur den inneren teil eures fensters wollt was ihr im normalfall eigentlich auch wollt dann könnt ihr das hier auswählen oder halt das komplette fenster mauszeiger aufnehmen also falls der dass der also soll der mauszeiger aufgenommen werden falls sie über diese über diese software über das fenster rüberfahrt ja oder nein capture layered windows das ist wenn ihr ja custom layered windows wenn aero ist disabled braucht ich noch nicht könnt ihr rauslassen subregion wenn ihr haken setzt dann könnt ihr wenn ihr region auswählt dann kommt ein ja ein grauer ein graues förmchen sag ich mal ein graues quadrat wo ihr festlegen könnt das in der größe verändern könnt wo ihr festlegen könnt wie viel von dem fenster denn wirklich aufgenommen wird einfach nur eine unterregion im prinzip gut color key falls ihr das ist das chroma key verfahren falls ihr ein color key nutzen wollt also eine farbe festlegen wollt die nicht mit aufgenommen wird also die als transparent dargestellt dargestellt wird könnt ihr diese farbe festlegen auswählen dann klickt in das fenster rein und zack wird die farbe hier genau machen wir hier das hier oder so oder hier das grau oder schwarz hier das ist irgendwie blau geworden keine ahnung dann könnt ihr das hier festlegen und hier sind verschiedene optionen dann kann man im normalfall ein bisschen herumschrauben da kann man dann noch viel machen ähnlichkeit mischung etc deckkraft 100 prozent wenn ihr ein bisschen transparenz haben wollt dann könnt ihr auf 80 oder 70 oder so was machen so ok da passiert erstmal gar nichts hier erscheint die quelle und fertig ihr müsst nämlich hier auf stream vorschau starten drücken da sieht man oh ja hier dies ist ein test da ist die textdatei gekommen die könnt ihr dann während diese vorschau noch läuft auf szene bearbeiten klickt quatsch so szene bearbeiten dann kriegt ihr die option das größer oder kleiner zu machen und so weiter und so fort könnt ihr verschieben drag and drop hier an die ecken packen oder wie auch immer ein bisschen größer machen so gut wenn ihr rechte das auf diese quelle macht an bildschirm anpassen wird das zentriert und genau auf die bildschirmbreite gestreckt könnt ihr damit hier umschieben dies ist ein test so das ist quasi eine software fenster aufnahme da wollen wir noch eine weitere quelle hinzufügen text so text soll text heißen kommt dieses aufnahme diese option dieses options fenster schriftart könnt ihr festlegen wir wollt konstantinian schriftgröße fett und unterstrichen welche farbe die schrift haben soll weiß deckkraft auch transparenz etc laufgeschwindigkeit wenn ihr lauftext haben wollt umrandung machen wir mal eine rote umrandung breite 1 also die breite dieser umrandung benutzerdefinierten text bereich also ist quasi wie ein textfeld kennt kennt ihr bestimmt aus word textfeld nutze text aus datei wenn ihr denn irgendein tool habt was beispielsweise ein audio mp3 programm was die möglichkeit hat eure titel in der text datei auszugeben dann könnt ihr hier diese text datei angeben und der open broadcaster wird automatisch diese dann immer auslesen auf veränderungen überprüfen und das dann hinzufügen automatisch text eingeben könnt ihr hier statischen text eingeben hey ho http www.play-against.de hey ho mal weg so ok dann ist das hier oben ganz klein je nach schriftgröße aber das ist kein problem ihr könnt das hier hier bewegen text auswählen hier so bewegen größer machen dann seht ihr hier ja das ist das was wir ausgewählt haben hier ist dann der text jetzt auch hier die da drüber deswegen sagte ich schon mit folien übereinander es wird quasi die oberste hier ist die unterste folie die ja die als erstes auf dem projektor liegt alle die da drunter folgen liegen über dieser folie über dieser ebene über dieser quelle wenn man das verschieben will kann man das entweder mit rechten taste nach oben bewegen zack sieht man jetzt ist der text oben und liegt hinter der software capture aufnahme hier so wieder ganz nach oben könnt auch bewegen zack ist immer sichtbar also auf oberster ebene ja fangen wir mal eine neue szene hinzu so die könnt ihr nennen wie ihr möchtet szene 2 test szene so wieder keine quellen hier könnt ihr dann immer wechseln zwischen den verschiedenen szenen da kommt ein kleiner fade effect so hier auch wieder eine quelle bitmap hinzufügen ja auch bitmap kriegt die ausnahe die auswahl was für ein bitmap ihr hinzufügen wollt hier fahrt ihr den light hintergrund deckkraft 100 farbe ist egal beim bild so zack habt ihr jetzt hier ein schönes hintergrund bild da wollen wir dann auch mal text hinzufügen text so sieht man nicht weil schwarze farbe weiß 50 fett ok da haben wir es jetzt szene bearbeiten jetzt kann man es hier rumdragen so wieder größer so könnt ihr euch schöne pause bildschirme etc machen ja gut globale quellen das sind quasi quellen die szenenübergreifend verfügbar sein sollen als beispielsweise habe ich da meine webcam drin oder zum beispiel in den bild so ein wasserzeichen oder sowas was ihr haben wollt mal hier zack so wasserzeichen ok ist jetzt hier drin heißt gfgfg ok passiert erstmal noch nichts aber ihr habt in jeder szene die möglichkeit rechte taste globale quelle hinzufügen gfgfg soll auch hier so heißen und da haben wir es das könnt ihr auch wieder in der größe und sowas verändern und das gute daran ist die optionen die ihr dann in der globalen quelle festgelegt habt die sind dann auch von szene also die sind auch dann szenenübergreifend so eingestellt so dass ihr immer quasi eine einheitliche größe von euren logos oder sonst was habt gut vorschau stoppen stoppt diese vorschau macht die ganze geschichte wieder grau und streaming starten da geht es dann los da geht ihr quasi live dann genau so ich zeige euch erstmal wie ihr eine gameaufnahmequelle hinzufügt hier gameaufnahmequelle hinzufügen das nennen wir einfach gameaufnahmequelle dann kriegt hier optionen ich habe schon so horn gestartet im hintergrund bild auf bildschirmgröße strecken falls das bild nicht in der nativen stream auflösung läuft in der nativen bildschirm auflösung dann wird das gestreckt auf die volle bildschirmgröße das kann man einfach immer angehakt lassen wenn man im fullscreen spielt ignore aspect ratio falls ihr ein spiel oder was habt was nur ein 4 zu 3 bildverhältnis hat und ihr aber eine 16 zu 9 auflösung eingestellt habt dann wird das einfach gestreckt auf volle breite und sieht blöd aus auf jeden fall ist dann halt gestreckt mauszeiger aufnehmen ob ihr das wollt ob das euer mauszeiger im game aufgenommen wird ich sage einfach mal ja inventiere mauszeiger beim klicken wenn ihr klickt dann ja dreht er sich einfach um der mauszeiger gut drücken wir mal ok zack hier ist die gameaufnahmequelle auf größer ebene packen das mal so dahin runter stream vorschau starten noch nix deswegen muss man einmal kurz rein taben ins ins spiel und dann zack seht ihr schon ok auf unterster ebene so würde euer stream quasi dann aussehen könnt ihr dann auch hier in den ebenen verschieben was im vordergrund im hintergrund ist etc gut forschau stoppen des weiteren falls ihr eure webcam als beispiel einbinden wollt könnt ihr hier rechte taste video rät hinzufügen da wollen wir webcam dann kommt ihr kriegt diese option hier welches gerät welche webcam wird die eure webcam hier aus ähm unter aktualisieren könnt ihr die auswahl nochmal aktualisieren falls ihr die gerade erst angesteckt habt bild vertikal oder horizontal drehen falls ihr über kopf oder spiegelverkehrt sein wollt deckkraft falls ihr falls eure webcam nicht ganz ähm wenn ihr ein bisschen transparent sein wollt also das bild von eurer webcam gut sound falls ihr euren webcam sound mit aufnehmen wollt was ihr im normalfall eigentlich nicht wollt weil ihr im normalfall doch extra mikros dafür habt ähm benutzerdefinierte auflösung könnt ihr hier ist eine liste aller von eurer webcam unterstützenden auflösungen aufgelistet ähm da könnt ihr dann festlegen jo ich möchte den 1920x1080 aufnehmen oder etc das ist nur die auflösung von eurer webcam die frames per second von eurer webcam nutze bevorzugten output typ da könnt ihr die farbpalette von der webcam festlegen im normalfall braucht ihr da nichts ändern chroma key falls ihr chroma key verfahren nutzen wollt ähm also wenn ihr einen green screen habt im hintergrund oder einen blue screen ähm könnt ihr hier festlegen farbe ähm wählt ihr einfach hier dann euren hintergrund aus hier sagt es grau und könnt hier noch ein bisschen fein justieren bis ihr zufrieden seid dass nur noch ihr zu sehen seid im bild also das ist euer hintergrund quasi transparent wie bei einem wetter menschen sagt man mal ne ok zack ist die webcam da ja im prinzip war es das eigentlich schon hier unter hilfe noch öffne website unter www.obsproject.com oder inhalt ist halt die hilfe wie man sie kennt aus windows einstellungen die haben wir ja sind wir schon durchgegangen öffne konfigurations ordner öffnet euren konfigurations ordner vom obsproject und log ordner genauso datei gibt es nur beenden ja das war es im prinzip ich wünsche euch ganz viel spaß beim streamen mir macht es auf jeden fall spaß und ich würde mich freuen wenn du unter www.play-against.de mal vorbeischaut da ist unsere streaming und gaming community und ansonsten viel spaß mit dem tool geht